Ich grüße Sie. Ich möchte mit Ihnen kurz über Ressourcen sprechen. Der vielleicht wichtigste Beitrag zur Ressourcenschonung ist die Wiedergewinnung und Weiterverarbeitung von bereits verbauten Materialien, also das Recycling. Und Licht bewusst einzusetzen ist wesentlich. Das heißt, das Licht nicht im ganzen Haus brennen zu lassen, sondern es da auszumachen, wo es gerade nicht gebraucht wird und energieeffiziente Beleuchtung einzusetzen. LED- und Energiesparnahme haben bis zu 90 Prozent weniger Stromverbrauch und eine bis zu 25-fach höhere Lebensdauer. Aber was, wenn die Lampen ausgedient haben? Bitte nicht einfach im Hausmüll entsorgen, sondern ressourcenschonend am nächsten Recyclinghof oder der nächsten Sammelstelle im Handel entsorgen. Einfach unter sammelstellensuche.de den Ort oder die Postleitzahl eingeben und den nächsten Wertstoffhof, den nächsten Recyclinghof oder die nächste Sammelstelle im Handel finden. Danke, dass Sie mitmachen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017